heute ist der erste tag nach gefühlt einem monat den ich mal wieder draußen bin weil einfach das wetter schön ist und mein fließ schnupfen ist endlich vorbei weiß jemand was fließ schnupfen ist hatte ich das im letzten video schon mal erzählt will das jemand wissen also wenn man wenn es fließt aus der nase die ganze zeit habe ich gegoogelt das ist dann wenn man wenn man also wenn die nase viren und bakterien loswerden will die spült die dann raus und dann ich dachte das ist so schön wie meine nase läuft aber die läuft auch nicht mehr jetzt ist alles wieder gut aber man ist ja erstmal so gerade das erste mal das erste mal wieder in die jeanshose rein ja ich kann mich kaum bewegen alter schwede mann und ich habe auch noch hier mein gürtel umgebunden kennt das jemand wenn man so überhaupt also ich möchte wieder sommer haben also früher war das ja mal so im sommer hat man sich immer auf den winter gefreut und im winter hat man sich immer auf den sommer gefreut aber jetzt freue ich mich nur noch im sommer ich finde das ist alles hier kalt und schrecklich vor allem weil die sonne scheint das ist gut wir hatten wochen lang überhaupt keine sonne ja debriwetter und jetzt endlich wieder die sonne was macht eigentlich unsere solaranlage weiß ich gar nicht so ist da schon der schnee runtergerutscht ok also wir gehen jetzt mal eine halbe stunde spazieren jetzt soll es mal losgehen hier dieses teil das habe ich ja nun schon ein bisschen länger hier in meiner hobbygarage und jetzt packen wir das endlich mal auf ich kann das schon gar nicht erwarten das ding endlich mal anzusehen beziehungsweise auch zu benutzen wir hatten ja vorher so ein anhänger der halt ab und zu mal probleme gemacht hat so der ein oder andere der hier mal im kanal mit dabei ist der hat das auch sicherlich gesehen ich hatte ja einmal das rad ausgewechselt und so weil der auch noch in der halb der kreis grenze war der halb hat das rad sein geist aufgegeben so das sieht ja mal krass auf hier also das sieht schon mal sehr stabil also diese anhänger hier das ist ein roland anhänger ich habe so das gefühl ich habe ja jede menge anhänger hier gesucht ich brauchte halt irgendwas um damit auch ein paar etwas schwerere lasten tragen zu können und dieser hier ist der einzige der als anhänger bis 200 kilo tragen kann so viel darf man hinterm fahrrad nicht ziehen aber wenn der 200 kilo ab kann wird weniger ja auf jeden fall abkürzen so das bedeutet genau das richtige hier für uns würde ich besseres auf dem sonntag als anhänger auszupacken zusammenzubauen das sieht mir nach der kupplung aus beziehungsweise nach dem griff wo man den auch als handwagen benutzen kann richtig cool vermutlich wir werden das sehen wenn das ding zusammengebastelt ist so nach der hochdeichsel eine hochdoppeldeichsel also ich habe mir die hochdoppeldeichsel ausgewählt weil ich mir gedacht habe wenn man da wirklich 200 kilo reinlegen kann übrigens in denen mit einfacher deichsel konnte man glaube ich auch nicht 200 kilo diese 200 kilo sind nur bei denen mit doppelhochdeichsel wenn ich das richtig in erinnerung habe und das ist die herz noch zusammenbauen das ist die anhängerpupplung die am fahrrad befestigt wird ok das gucke ich mir dann mal an ob das bei mir ans fahrrad passt eine tüte mit viel kleinkram zum anbass prallen und das machen wir dann auch jetzt mal gucken dass wir den anhänger zusammengebaut kriegen so soll er dann aussehen und dann gibt es noch eine aufbauanleitung dazu das hier ist das grundgestell wo die räder drauf kommen ich glaube das geht auch ganz einfach oder so ok gehen wir mal weiter es sind hier noch zwei kartons zu öffnen ich frage mich jetzt gerade hier die schraublöcher die sind unten achso die gehen durch ich schätze mal das sind die beiden stangen für die hochdeichsel die werden draußen ungestraubt das haben wir hier noch noch zwei stangen vermutlich auch für die hochdeichsel weil man die in der höhe ja ans fahrrad anfassen können muss je nachdem welches fahrrad man hat hier nämlich noch eine schraube und eine untergiesscheibe eine anleitung also groß ist die kiste schon mal ne das freut mich ja sehr da passt auch echt viel rein so das war geschickt raus bekommen das war geschickt raus bekommen so leute und jetzt bin ich fertig damit guckt euch das teil an das hier ist unser neuer holz hohl anhänger also hier steht der alte der hat ja so zeitweise dann mal sein rad verloren und so das andere rad macht jetzt auch da geräusche und das ist jetzt der neue hier vorteil bei dem absoluter vorteil ist dass das rad auf beiden seiten auf liegt und der kasten auf so einem vierkant rahmen ist der sich nicht so schlecht nicht so schnell verbiegen lässt so das ganze ding hat dann auch hier so eine klappe schön ne könnte man direkt drinnen einziehen also da drinnen werden wir jetzt demnächst unser holz transportieren und dann haben wir auch noch mehr platz da drinnen als in dem ich will den mal kurz daneben stellen hier wenn der mir nicht gleich auseinander fällt so nochmal her du wenn das wir mal einen kleinen größenvergleich haben also das ist hier der mit dem wir sonst immer unterwegs sind und der neue man könnte fast denken so von der größe kommt das ähnlich ne also der ist höher oder ist aber auch der kasten insgesamt höher also der ist ja insgesamt niedriger das sieht hier alles ein bisschen stabiler aus ne dem könnte man jeden moment denken so hm schafft er das noch nach hause und bei dem könnte man denken so hey könnte ich da mal gleich einziehen also es geht demnächst wieder in den wald ich hoffe dass irgendwann mal kein schnee mehr da ist das einzige problem das wir jetzt noch haben ist dass die befestigung hier mit dieser kugelkopf äh koppelung das funktioniert irgendwie nicht mit meinem rad also das muss irgendwie hier befestigt werden aber irgendwie funktioniert das alles nicht ich habe da vorhin schon mal geguckt und da fehlt irgendwie ein teil wir werden das sehen also demnächst damit hier unterwegs und dann holen wir noch mehr holz denn wir können mal ganz kurz gucken unser holz hier das geht wirklich aber man sieht kaum was ne das ist alles was wir gespalten hatten schon hier ok jetzt sieht man gar nichts mehr dunkle nacht hier liegt noch ein bisschen was das ist ja auch relativ trocken bis auf das da unten das habe ich raus gefischt weil das echt nass ist ja also das können wir verbrennen hier und dann anschließend wird es kühl damit wir nicht erfrieren müssen wir nochmal wieder los in den wald und ein wenig holz holen so das ist mal wieder ein bisschen duster hier jetzt wird es wieder heller wir haben natürlich damit wir was kalt hier drinnen damit wir nicht erfrieren ist hier ja auch noch was das problem ist nur eben dieses holz hier das hatten wir uns ja gekauft und bei dem händler wo wir das bestellt hatten der sagt so ja im januar denn preis ungewiss 150 schätzt er ich denke mal das wird vielleicht bei 200 landen pro schüttmeter das sind dann 6 schüttmeter das heißt also für so eine wand muss man dann etwa 1200 euro auf den tisch legen und ganz ehrlich dafür kaufe ich mir lieber so einen anhänger der hat nicht ganz 1,2 gekostet aber und hole mir das selber und nächstes jahr bezahle ich gar nichts dafür und hole mir das immer noch selbst so ok also das wärs jetzt hier mit dem video äh bis demnächst im wald ciao ciao ciao